Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soulpower. Und hier geht es heute um Fragen, die du dir unbedingt stellen solltest. Ich glaube, eine Frage, die wir alle kennen, ist, was wäre, wenn? Was wäre, wenn du deine Ängste, deine Zweifel hinter dir lassen könntest? Und wirklich du sein könntest? Wirklich du, ganz egal, was andere von dir halten? Ist eine große Frage, gebe ich zu, aber ich liebe große Fragen, weil die laden immer zum Träumen ein. Fragen generell, wenn wir sie richtig stellen, eröffnen ein Meer an Möglichkeiten. Und das Faszinierende daran ist, dass manchmal die Antwort völlig an Bedeutung verliert. Die Antwort ist dann gar nicht mehr so wichtig, weil eben das Meer so viel Spielraum offenbart, dass eben nicht mehr nur noch eine Antwort richtig oder wichtig ist. Und Fragen können uns in das Land der Möglichkeiten bringen. Deswegen werden Fragen und Fragetechniken auch so gerne im Coaching eingesetzt und sind ein wichtiges Instrument. Aber es gibt gute und ungute Fragen oder kluge und unkluge Fragen. Und die kluge Frage, jetzt kommt's, ist ein bisschen wie eine unliebsame Gästin auf einer Party. Ja, weil oft wollen wir keine klugen Fragen. Wir wollen die eine Antwort. Am besten die Antwort, an der wir eh schon seit Jahrzehnten festhalten, die uns aber auch da bleiben lässt, wo wir jetzt gerade sind. Jetzt kommt die kluge Frage. Ja, die unliebsame Gästin erscheint auf der Party. Ist nicht eingeladen, unbequem, falsch angezogen, anstrengend. Aber im Nachhinein denkst du, ach, cool, dass sie am Start war. Die Party vergesse ich nicht so schnell. Und dann gibt's noch jemanden, der auf der Gästeliste steht. Das ist die richtige Antwort. Die richtige Antwort hat auf ersten Blicken viel besseres Image als die kluge Frage. Ja, die richtige Antwort. Passt sich immer an. Passt überall hinein. Eckt nicht an. Sieht super aus. Ist überhaupt nicht anstrengend. Das ist die richtige Antwort. Hm. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, halten wir alle wahrscheinlich öfter, als es uns gut tut, an der richtigen Antwort fest. Ich bin dazu übergegangen, dass die richtige Antwort nicht mehr auf Platz eins meiner persönlichen Gästeliste steht, sondern die kluge Frage. Und dann gibt's noch jemanden. Muss man ein bisschen aufpassen. Denn dieser jemand auf der Gästeliste sieht auch aus, ein bisschen auf den ersten Blick, wie die kluge Frage. Ist aber keine kluge Frage. Ist nämlich eine blockierende Frage. Blockierende Fragen sind die Art von Fragen, die an gar keiner Lösung interessiert sind. Die an gar keiner Antwort interessiert sind. Nachhaltig. Blockierende Fragen sind Fragen wie, warum passiert mir das immer? Warum kriege ich das nicht hin? Was habe ich getan, um das zu verdienen? Warum lerne ich nicht aus meinen Fehlern? Warum ist meine Nachbarin erfolgreicher als ich? Warum liebt mich niemand? Das ist eine Gästin auf unserer Gästeliste, die uns nirgendwo hinbringt. Und eins ist sicher, die uns auf jeden Fall den Abend versauen wird. Auf jeden Fall. Und trotzdem laden wir sie so oft ein in der einen oder anderen Version, oder? Wahrscheinlich kennst du ein oder zwei dieser blockierenden Fragen, die ich gerade vorgelesen habe. Versauen uns die Stimmung, nähren unsere Selbstzweifel, ziehen uns runter, machen irgendwie alles dunkel. Und trotzdem laden wir sie ein. Interessant, oder? Aber die gute Nachricht ist, wir können sie von der Gästeliste kicken, rausschmeißen und das Licht wieder anknipsen und gute Stimmung haben und gute Gespräche haben. Was wir dafür tun müssen, ist die die blockierenden Fragen umzuformulieren in gute Fragen. Die blockierenden Fragen austauschen, umformulieren zu guten Fragen. Kann zum Beispiel so aussehen. Was kann ich tun, um diese Situation in Zukunft zu vermeiden? Welche Ressourcen oder Fähigkeiten kann ich nutzen oder entwickeln, um diese Aufgabe, vor der ich gerade stehe, erfolgreich zu bewältigen? Wie kann ich aus dieser Situation lernen und in Zukunft positivere Erfahrungen machen? Welche konkreten Schritte kann ich unternehmen, um aus meinen vergangenen Fehlern zu lernen und sie nicht zu wiederholen? Welche Fähigkeiten oder Strategien kann ich von meiner Nachbarin lernen und in mein eigenes Leben integrieren, in meinem eigenen Leben anwenden, um meinen eigenen Erfolg zu fördern? Wie kann ich an meiner Selbstwahrnehmung und meinen Beziehungen arbeiten, um tiefe und bedeutungsvolle Verbindungen zu anderen aufzubauen? Merkst du, wie sich der Fokus verschiebt, wie es hell wird und inspirierende, anregende Gedanken möglich sind, Konversationen in dir selbst aufgrund der guten Fragen? Das heißt, wenn dir das nächste Mal eine Frage in deine Gedanken kommt, hinterfrage die Frage und formuliere sie gegebenenfalls um und zwar auf eine Weise, die dich wirklich weiterbringt. Und formuliere sie um in eine gute Frage. Und wer weiß, vielleicht wird genau das dann die Party deines Lebens. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration mit deinen Fragen. Gute Fragen sind viel, viel wichtiger als richtige Antworten. Und ja, hab jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020